Das ist Benno. Was machst du denn da, Benno? Er bewirbt sich als Bundesligaspieler. Hä? Fußball ist mein Leben, es ist nie zu spät. Aber du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Ich sag's mal so. Ihre Werte sind in etwa die von Maradona. Hä? Dem heutigen Maradona. Ich will doch nur irgendeinen Job in der Bundesliga. Nur irgendeinen. Die Bundesliga ist mein Leben. Schauen wir uns das doch mal an. Jobs in der Bundesliga. Wie wär's denn mit Schiedsrichter? Und es gibt Rot für Abseits. Das hab ich so noch nicht gesehen. Mann, Räum, scheiß alleine! Wurstverkäufer im Stadion. Eine Wurst, bitte. Wurfen alle. TV-Experte. Und das schauen wir uns noch mal in der Analyse an. Also der eine ist losgelaufen, ist dann hier so rüber. Dann kam Pass, dann dachte ich hier so schon eigentlich ein Wurf, aber nicht. Und dann nochmal hier ist durch. Und dann war die Kugel, war der Ball auch schon drin. Für Ordnung im Stadion sorgen. Stopp! Rucksack. Komm. Als Sportjournalist die wichtigen Fragen stellen. Woran hat's gelegen? Ja gut, da fragen wir uns natürlich immer, woran er die Lehne hat. Da ist natürlich immer die Frage, woran er die Lehne hat. Ich sag natürlich immer, woran er die Lehne hat. Flitzer. Den Trainer geben. Was ihr Journalisten euch da wieder geleistet habt, das geht gegen die Menschenwürde. Der Schiri, das war eine komplette Pfeife. Das hätte meine Oma sogar gesehen. Und die ist tot. Die Einlaufkinder, die werden immer fetter. Ich vermisse mein Altenverhalten. Ja, ihre Hinrunde war ja gelinde gesagt eine Katastrophe. Und ich wollte mal fragen... Du mühsigleine Radkamerdo! Grundgütiger, was ist das? Ich bin es. Der Fußballgott. Aber wieso bist du unten ohne? Das ist egal. Hör zu, du hast doch bereits den wichtigsten und schlecht bezahltesten Job der gesamten Bundesliga. Du bist die Seele des Fußballs. Du bist der Bundesliga-Fan. Und jetzt mach schon die Kiste an. Danke! Na siehst du, da hast du deinen Traumjob. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Abo-Button von Wumms und abonniert uns bei WhatsApp. Wenn ihr noch ein Video von Manu Thiele sehen wollt, dann klickt hier. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017